Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Achtung, aufgepasst, gute Laune-Video, denn wir haben sehr gute Laune. Dazu kommen wir gleich, also wer Spaß haben möchte, darf gerne dranbleiben. Abgesehen davon haben wir auch News, Luis, ne? Haben wir auch, ja. Und Whipple wurde als beste grenzüberschreitende Zahlungsplattform ausgezeichnet für 2024. Und was wir auch haben, SEC vs. Whipple. Es geht in die nächste Runde und SEC und Whipple Hand in Hand haben sich darauf geeinigt. Einige Dokumente, vielleicht auch alle Dokumente zu versiegeln. Dies und vieles mehr auf jeden Fall in diesem Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal. Schauen uns das Video von Anfang bis Ende an. In diesem Sinne, rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community. Denn wir berichten täglich über Whipple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützenkraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus... Keine Ahnung, woher er kommt. Und Louis, sein bester Freund und sein Kindheitsfreund, ist gerade Papa geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und der Kleine heißt Anton. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Und da wollten wir auf jeden Fall noch gesagt haben. Deswegen haben wir auf jeden Fall gute Laune. Anton, willkommen. Vielleicht steht irgendwann mal Anton hier in der Mitte. Das wäre lustig. Wer weiß, in ein paar Jahren. Anton, schön, dass du da bist. Die Bitcoins werden schon gekauft, ja. Auf jeden Fall, Louis. Die sagen, ja, eure Familie ist sowieso, ne. Der eine heißt Anton, die andere heißt Olga. Ich weiß nicht, ne. Also, mit Namen habt ihr es auch nicht so richtig. Aber herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Ja, und von der klasse Einlage ist sie dann hier. Würde ich sagen, gehen wir direkt in die News rein. Und zwar Whipple als beste grenzüberschreitende Zahlungsplattform für 2024 ausgezeichnet. Wenn wir natürlich auf die Technologie gehen. Und nicht nur auf den Preis, wie wir es immer oft in den Kommentaren lesen, wo die ganzen Emotionen jetzt schon am Durchdrehen sind. Sondern wirklich da, wo fundamental was hinter steckt. Und das ist Whipple definitiv. Ich muss dazu sagen, Louis, ich habe natürlich diese Nachricht heute Morgen gelesen gehabt. Aber ich habe eine ähnliche Nachricht noch gesehen. Und da wurde noch etwas dazu hinzugefügt, dass das nicht nur, sag ich mal, die grenzüberschreitende Zahlungsplattform ausgestattet wurde. Sondern auch als beste Defi-Infrastruktur-Plattform. Was sagst du dazu? Ja, definitiv. Wir wissen, gerade bei Decentralized Finance ist Whipple der Vorreiter. Und mir auch hier top ausgezeichnet. Gucken wir uns nochmal genau an, was im Artikel steht. Und zwar, das Unternehmen nimmt wichtige Pivots vor einschließlich der Pläne zur Einführung von EVM-Sidechains. Da berichten wir auch immer wieder von. Also die Ethereum-Virtual-Maschinen-fähigen Sidechains, um Interoperabilität zu schaffen. Um das Connecten, sag ich mal, von mehreren Systemen zu schaffen, mehreren Blockchains zu schaffen. Ja, und Whipple Labs macht weiterhin Schlagzeilen, da es bei dem Fintech Breakthrough Awards 2024 die Auszeichnung für die beste grenzüberschreitende Zahlungsplattform und die beste dezentrale Finanzinfrastruktur erhält. Und wir freuen uns, ihm mitteilen zu können, dass wir 2024 mit dem Fintech Breakthrough Award die beste grenzüberschreitende Zahlungsplattform und die beste DFB-Infrastrukturplattform ausgezeichnet wurden. Danke an Fintech Awards für die Anerkennung. Und das kündigt Whipple auf seinen offiziellen X-Account an. Ja, Luis, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und eine Auszeichnung mehr oder weniger, schön und gut. Aber was sagst du zu der SEC-Sache? Das geht ja jetzt durch alle Gruppen, sag ich mal. Oh, das noch nicht. Mit Max kommt gleich Luis. Muss sich auch ein bisschen beruhigen. Und das ist ja heute Morgen alles aufgetaucht, ne? Und unser Freund Jack the Whipple hat auf einmal heute keinen Boom mehr, ne? Ja, und der nächste Termin ist ja der 22. März. Und ja, die SEC und Whipple haben gemeinsam Versiegelungsvorschläge eingereicht, um Fragen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Schriftsatz der Abhilfemaßnahmen zu regeln. Und auch da bleibt es spannend, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, die wichtigen Termine haben wir hier nochmal aufgelistet. Und ich denke, dass die nächsten Monate unglaublich heiß werden, Zinan. Ja, und Whipple und die SEC wollen wichtige Dokumente unter Verschluss halten. Und sie reichten an gemeinsamen Antrag ein, um wichtige Informationen in dem Briefing zu den Abhilfemaßnahmen zu versiegeln, wie aus den jüngsten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Die Beklagten und die Anwälte der Kläger fordern Richterin Torres auf, den Vorschlag zu genehmigen, da er einen schnellen öffentlichen Zugang zu den Schriftsätzen der Parteien mit einigen Schwärzungen gewährleistet. Wenn dem stattgegeben wird, werden einige Details zu den Finanzberichten von Whipple und den institutionellen XRP-Verkäufen nach den Beschwerden vor dem XRP-Armee und der Krypto-Community verborgen bleiben. Und dies wird sich auf die Marktstimmung auswirken, da sich der mögliche Ausgang und das Enddatum des langjährigen Rechtsstreits SEC gegen Whipple Labs aktuell noch ungewiss bleibt. Ich denke, Sinan, das sind die Vorbereitungen für ein großes Settlement. Ja, definitiv. Gerade, dass nochmal Dokumente unter Verschluss gehalten werden. Wir wissen ja, die SEC und Whipple, obwohl sie so gegeneinander arbeiten, arbeiten insgeheim ja doch wieder ein bisschen zusammen. Die Vermutung natürlich, Aluhüte auch hier, Freunde. Aber es könnte natürlich sein, dass das alles auch gewollt ist. Wir sehen ja, die Technologie ist noch nicht so weit. XRP wird klein gehalten. Warum soll Whipple zustimmen, dass die SEC nicht alles veröffentlicht? Und warum soll SEC dazu zustimmen, dass Whipple nicht alles veröffentlicht? Irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht. Irgendwie, als wäre das alles geplant, als wären das doch Bros und sowas alles. Da macht mich auch ein bisschen Krille gerade. Ja, vor allen Dingen, weil Whipple auch damals mit der SEC schon gesprochen hat. Sie saßen zusammen am Tisch und so weiter. Es ist unglaublich kurios, was da abgeht. Und hier nochmal die Daten. 22. März, die SEC legt ihre Öffnungsschriftsätze und die unterstützende Erklärung und Beweismittel unter Verschluss. Am 25. März, die Parteien treffen sich und beraten sich, um Schwärzungen zu identifizieren. Und am 26. März, die SEC reicht eine öffentliche, redigierte Version des Schriftsatzes ein, wie von Parteien und Dritten geforderte Schwärzungen. Hoffentlich haben wir diesmal nicht ein komplett schwarzes Blatt, wie wir es damals auch schon mal von der SEC bekommen haben, wo das ganze Blatt einfach komplett geschwärzt war. Aber wir müssen natürlich abwarten und schauen, wie es hier weitergeht. Ja, meine Vermutung ist genau ein Jahr später, nachdem wir den Teilsieg errungen haben. Und ich kann mir wirklich ja auch um den 13.07. sehr, sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht das komplette Settlement, also die Klage, das Klageende bekommen werden. Und dann Whipple oder XRP als Spätstarter endlich mal einen kompletten Push kriegt und das über seinen All-Time-High ist. Wenn die wirklich so heftig verfeindet sind, warum sollen die sich einigen, dass die alle Sachen schwärzen und so? Vielleicht ist da doch schon eine Einigung, ne? Vielleicht sind wir schon viel weiter, als wir je gedacht hätten oder als wir wissen, ne? Man kann nur spekulieren, das ist alles, wie gesagt, keiner kann in die Zukunft gucken, keiner kann hinter diesen Kulissen gucken. Und deswegen schreibt mal hier in den Kommentaren, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die News ein, die auch nochmal interessant ist. Bitmax listet jetzt XRP für den Spot-Handel, obwohl wir jetzt wieder einen kleinen Rücksetzer haben hier, wie wir im Artikel gesehen haben. Eine ganz normale Korrektur, die ganz vernünftig ist, haben wir im letzten Video auch schon drüber gesprochen, Sina. Hier steht es nochmal, Luis, die offizielle Seite, sag ich mal, von Bitmax und die schreiben, ab morgen werden zwei Token gelistet, also Atom und anscheinend XRP. Willkommen in der Familie Bitmax, würde ich mal sagen. Ja, und hier haben wir eine interessante Nachricht von einem Experten. Wie gesagt, wer sind wir? Wir sind nur Sina und Luis. Ja, lesen euch die News vor. Wie gesagt, das ist alles keine Finanzberatung, nur unsere persönliche Meinung. Ihr müsst euch natürlich immer selber informieren. Und hier nochmal ein Statement von einem Experten. Und er meint, es ist nicht verrückt, wenn XRP um 1500 Prozent auf 10 Dollar steigen wird. Und auch unsere Meinung dazu, es ist absolut nicht verrückt. Und dies ist auch absolut ohne Anwendung möglich, nur durch Pump möglich. Wir haben es damals auch schon gesehen, was damals, ja 2017 in dem Bullrun passiert ist mit XRP. Jetzt haben wir die Klage. Und ich denke, wenn das Ding durch sein wird, wird XRP auch hoffentlich eine große Beflügelung sehen und einen großen Push nach oben. Und ja, Sina, vielleicht auch die 10 Dollar in diesem Bullrun noch erreichen. Ich denke eher nicht. Ich denke, dass wir mit Anwendung deutlich höhere Preise erreichen können. Da sind wir aber noch nicht so weit. Und wir sprechen ja oft drüber, Sina. Ja, auf jeden Fall sprechen wir oft darüber. Und wir haben schon mit so vielen Leuten auch gesprochen. Und die haben viel, sag ich mal, höhere auch Preise. Aber ich bin der Meinung, die 1 Dollar sind natürlich wichtig. Das sagen wir immer wieder. Aber 10 Dollar ist auch sehr gut und ist auf jeden Fall machbar. 10 Dollar ist auf jeden Fall coming, würde ich sagen. Definitiv. Ich denke trotzdem, diesen Bullrun können wir bis zu die 5 Dollar, 5 bis 8 Dollar auf jeden Fall sehen. Schreibt auch da mal in den Kommentaren, was denkt ihr? Was wird XRP für einen Preisanstieg noch sehen? Oder wird der komplett den Bullrun nicht mitmachen? Was glaubt ihr? Luis, bevor wir zum Ende kommen, wollte ich dich noch gefragt haben. Guck mal, du bist ja der Trauzeuge von deinem besten Freund, ne? Und ihr seid ja best friends. Und jetzt ist der Anton da, ne? Und ist ja Junge. Wird der eher auch beschnitten? Also vor allem von dir? Weil du bist ja sein, du bist ja sozusagen sein Patenonkel. Es bleibt alles so, wie es ist. Wie? Alles bleibt so, wie es ist. Nicht so glatt. Also macht ihr nicht glatt? Nee, 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 nee. Aha. So ein richtig arischer Deutscher, wollt ihr noch gesagt haben? Oh ja, wie gut. Leute, ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem auch den Anton zu unterstützen, liebe, liebe Grüße, mein Lieber, dürft ihr gerne diesen Kanal alle kostenlos abonnieren auf Gefällt mir drücken. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu der Preisprognose sagt und generell zu den News. Genau, wärt auch du ein Teil unserer Instagram, ne? Da sind gestern einige Leute reingekommen. Telegram, da sind auch einige reingekommen. Und vor allem TikTok sind auch sehr viele reingekommen. Und ihr dürft wieder reinkommen. Da geht's auch weiter. In diesem Sinne, haut rein, euch. Haut rein, euch. Auf den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina, Louis, Beo, Doppelsetz, sagt von Herzen Dank.